Was wollten Sie damit wohl fernhalten? Das ist eine gute Frage. Eine gute Frage, mein Freund. Eine gute Frage. Ich soll vorgehen, wieder was? Oh, ja klar. Uäh. Uäh. Oh, mein Ohr. Da haben sich welche gegenseitig umgebracht. Ja, aber so richtig, mein Freund. Aber so richtig, das ist ja widerlich. Weiß? Wie geht denn sowas? Nö. Wie wär's mit Kneipe? Feierabend? Oh nein. Oh scheiße. Alma ist hier. Alma ist hier. Boah, wie das matscht. Ähm. I, wieso I? Nicht gut. Alter. Oh, oh. Ähm... Alter... Ups... Das war jetzt fies... Ähm... Gut, dass ich nicht geschossen hab. Oh, ich glaube, hier machen wir jetzt einen Schnitt. Nein. Ähm... Boah, Alter, das war heftig. Holiday... Ähm... Shit, Mann. Boah, das war echt übel. Fassungsloses Starren gerade... Äh... 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 Oh, nein. So, gut, kurz durchatmen, reiß dich zusammen... Alles klar. Nix hier weg. Okay... Okay... Ich warte eigentlich nur drauf, dass noch was passiert, aber... Ähm... Okay... Oh... Holiday, geht's dir gut? Nein. Nein, ihm geht's nicht gut. Shit. Okay... Okay... Boah, ist das übelst. Ah... Ah... Holly, der ist tot. Habe ich mir fast schon gedacht. Allein zum U-Bahn System und den dahinterliegenden Medical Center... Folgen sie der Trasse zum Medical Center... Folgen sie der Trasse zum Medical Center... So, durch die U-Bahn jetzt. Da hab ich ja sowas von Lust drauf. Aber so richtig. Fortsetzung folgt. Aha. Oh-oh. Kann man da durchgucken? Ach, ist kein Auto, ist eine Lüftung. Okay, alles klar. Ich dachte schon, wäre jetzt ein Auto gekommen oder so. Das fängt schon wieder Musik an. Ach, das ist aber wieder mal hier ein. Aha. So, das Spiel hat eine unerwartete Wendung genommen, weil... äh... wenn's sich jetzt plötzlich so fies erwischen kann... Ah, okay. Ich glaub, ich weiß, wo ich hin muss. Hm... Ich höre sie. Ich höre sie. Die sind hinter der Tür. Die sind hinter der Tür. Da ist ja... Ich höre sie. Ich höre sie. Ich höre sie. Ich höre sie. Und da ist ja auch immer... Bühne. Hat er sich bewegt? Jetzt wissen wir wenigstens, was die für Kanonen haben. Okay. Gleiches Spiel noch mal von vorne. Lalalalalalalalalalalala. Nein, nicht. Keine Antwort. Wir sind weiter drüben. Gut, damn luck. Okay. Okay. WDR mediagroup GmbH 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 WDR mediagroup GmbH